Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Forex am Abends für diese Woche. Es ist Freitag, der 6.02.2015, 19.05 Uhr ganz genau. Mein Name ist Dennis Göttler. Schön, dass Sie da sind. Nun, die Non-Farm-Payrolls, die legten sich heute wie ein Schatten auf die Märkte. Für den einen positiv, für den anderen negativ. Wir hatten mehr geschaffene Stellen im Januar als erwartet. Erwartet wurden hier 230.000 bis 240.000 neu geschaffene Stellen im Januar außerhalb der Landwirtschaft in den USA für den Monat Januar. Es wurden am Ende 257.000. Das ist positiv, das ist besser als erwartet. Und es sorgt natürlich auch für Irritationen, nämlich für Irritationen oder Bedenken hinsichtlich der Federal Reserve. Denn die könnte aufgrund der besseren Nachrichten, so wäre eine Marktfantasie, die Zinsen früher anheben als erwartet. Das glaube ich weniger, weil die Fed alles tun wird, um die Zinsen niedrig zu lassen. Janet Yellen windet sich ja seit Monaten um ein Datum. Und man versucht hier den Termin so lang wie möglich rauszuzögern. Und man muss letztendlich seine Art Sondersituationen schaffen, wo man auf der einen Seite die Zinsen anhebt, was prinzipiell nicht positiv für die Aktienmärkte ist, aber auf der anderen Seite das Wachstum so robust ist, dass sich das nicht nennenswert im Finanzsektor niederschlägt. Ein bisschen da muss man den Mittelweg finden. Naja, aber bessere Zahlen üben eben auch irgendwo Druck auf die Federal Reserve aus, nämlich langsam die Zinsen anheben zu müssen. Und bessere wirtschaftliche Zahlen, sei es jetzt der Arbeitsmarkt, sei es der Immobilienmarkt, führen in der Regel dazu, dass der US-Dollar stärker wird. Der US-Dollar wurde heute schlagartig stärker. Der Euro verlor 140 Pips hier. Schaffte es nicht mehr, dieses Hoch zu überwinden und ist weiterhin unter Druck. Gleichzeitig sieht man auch im britischen Fund, korrigierten wir hier an der Tages-EMA 55 und gaben hier 100 Pips nach. Besonders hart hat es Gold getroffen, meine Damen und Herren. Gold schoss letztendlich heute in die Tiefe. 38 Dollar pro Feinunze ging es nach unten. Gleichzeitig bewegte sich der Dow Jones eigentlich kaum. Wir hatten heute eher bullische Impulse. 120 Punkte in der Spitze sind wir angestiegen, konnten aber von dieser, oder können aktuell von dieser kleinen aufwärtsgerichteten Bewegung nicht alles wirklich halten. Momentan hier leichte 40 Punkte im Gewinn. Besonders schwach war der Yen. Das sieht man hier am US-Dollar, japanisch Yen. Da ging es einfach nur kerzengerade nach oben. 200 Pips ohne Korrektur. Einfach nur senkrecht nach oben. Das ist schön, wenn man drin war. Und natürlich nicht so schön, wenn man da den Stop-Loss nicht sitzen hatte. Das sind dann eben so Momente, wo man sagt, wer hier kein Stop-Loss hat, der wird dann in der Regel von solchen Bewegungen ausgefressen. Egal, ob sie jetzt nach oben oder nach unten gehen. Deswegen ist das immer so eine Geschichte mit den Non-Farm-Payrolls. Aber spätestens mit dem Bruch hier gab es eine Long-Position. Und britisch-fund-japanisch Yen hätte man ja auch noch traden können. Da hatten wir nämlich gesagt, hier der Long über der 180-40er Marke wäre positiv. Und das hätte dann immer noch ganz gut funktioniert. Lassen Sie uns chronologisch durchgehen. Ein britisch-fund-australisch-dollar pendelt hier knapp vor dem Ausbruch. Tut sich aktuell nicht viel. Nächste Woche sicherlich einer der Kandidaten, die interessant werden. Long über 1,97. Bullisches Marktmuster. Ich meine, der kann jederzeit korrigieren. Das sieht man, wir sind schon sehr weit in der Bewegung. Aber diese Korrektur wird nicht gehandelt. Jedenfalls nicht von uns. Sondern wir werden hier abwarten, bis er dieses Dreieck entweder eben bricht oder eben nicht. Aber eine Short-Position gegen den übergeordneten, laufenden, aufwärtsgerichteten Trend will ich jetzt nicht zwangsläufig eingehen. Daher, wenn überhaupt, der Long hier über 1,97. Gold, Gold unter Druck. Kann die Tages-200er nicht halten. Wir hatten ja mal hier so eine Art Dreiecks-Konstellation, die er hier jetzt nochmal antestet. Das ist noch einer der letzten Unterstützungen, die ihn hier halten. 12,20 wird wichtig. Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen, außer dass wir hier weiterhin schwach unterwegs sind. Silber auch deutlich unter Druck. Wenn man sich mal Silber anguckt, das sieht übergeordnet alles andere als positiv aus. Jedenfalls aktuell. Man sieht auch hier, wann Long-Positionen möglich sind. Nämlich erst, wenn er diesen Widerstandsbereich geknackt hat. Im ungünstigsten Fall droht den Silberinvestoren jetzt hier so eine Art kleine bärische Flagge. Und dann geht das Ding weiter short in Richtung 14. Also, Zurückhaltung hier bei den Edelmetall-Investments, was sich darin zeigt, dass der Markt weiterhin unter Druck ist. Euro, US-Dollar, wenn überhaupt long, dann ab 1,15,40. Unter Druck. Könnt ihr jetzt relativ zügig, wenn wir auch hier die nächsten Unterstützungen brechen. Gerade diese hier könnten wir dann unter 1,12,60 in den Bereich von 1,11 laufen. British Fund ist da noch ein bisschen stärker. Ist übergeordnet noch short. Keine Frage. Man sieht es hier eigentlich sehr, sehr schön. Wir haben lediglich die Tages 55er angetestet. Hier in dem Bereich. Das heißt, wenn man hier die Long-Position bei 1,51,55 probiert. Das wäre das Pullback auf das Dreieck. Das kann riskant werden. Nur als Info. Das kann riskant werden, weil wir eben übergeordnet immer noch short sind und eben nicht long. Von daher, wenn es hier unten klappt, dann vermutlich nur als Skalp. Man sieht deutlich, sicherlich die Erholung der letzten Tage war schon schön. 330 Pips. Aber die haben wir auch schon hier in der Vergangenheit gesehen. Da ging es 400 Pips nach oben. 300 Pips. Also solche Erholungen hatten wir zwischenzeitlich, zwischengeschaltete Erholungen hatten wir permanent. Weil sicherlich jetzt bestimmt viele auf dieses Dreieck gehen werden. Das Dreieck ist halt nur gegen den Trend. Das sollte man eben beachten und hier eng genug stoppen, damit man eventuell nicht überrollt wird. Britisch Fund Japanisch Yen hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten hier diesen horizontalen Widerstandsbereich. Übergeordnet sind wir in einer neuen Bewegung. Das bedeutet, wir erwarten eigentlich weiter steigende Kurse übergeordnet. Naja und der Long Trade hier hätte gut funktioniert. Über 180, 50. Knappe 130 Pips hätte er gemacht. Jetzt sind wir zu weit gelaufen. Auch direkt hier an der wichtigen Tages-SMA 50. Die nächste Kaufchance ergibt sich natürlich beim Pullback hier im Bereich der 180, 42er Marke. Euro-Britisch Fund. Wir hatten ja hier darauf hingewiesen, dass er hier in einem völlig intakten, abwärtsgerichteten Markt ist. Sowohl übergeordnet als auch untergeordnet. Pullback hier an die bärische Flagge. Und dann ging es 84 Pips weiter nach unten. Die Tendenz zeigt auch hier nach unten. Wir gehen weiter von fallenden Kursen aus. Dann Australisch-Toller-Japanisch Yen hat sich auch, war auch eine schöne Sache. Vielleicht nicht ganz so bullisch wie der britische Hund Japanisch Yen, aber okay. Der ist auch immerhin hier 70 Pips angestiegen. Wir hatten gesagt, über 92,30 wenn er da ansteigen kann, wäre gut. Und das hat er dann auch gemacht. Hat jetzt eine untergeordnete Trendwende vollzogen. Wenn der Pullback kommt, könnte man den eventuell hier nochmal bei 92,30 nach unten hin handeln. Dow Jones, weiterhin bullisch. Allerdings ist er mir zu weit gelaufen. Wir bleiben dabei. Nächste Kaufmöglichkeit in der Korrektur bei 17.720 Punkten. Nasdaq ebenfalls. Da müssen wir jetzt nicht kaufen auf dem H4-Chart, wo wir gerade unterwegs sind. Da soll er doch erstmal hier dieses Dreieck nach oben hin brechen, die Konsolidierung. Weil aktuell sind die Shootingstars, die wir hier momentan sehen, die Candlestick-Formation, nichts anderes als eine untergeordnete Trendwende, nicht wirklich positiv. Da kann man immer noch kaufen über 4.300 Punkten. Aber man sollte sich hier halt, wie gesagt, einfach klar machen, dass man möglicherweise am Hoch eines Dreiecks sich befindet. Und da kann die Korrektur durchaus eintreten. Es muss nicht zwangsläufig sein. Aber ich würde mich hier erst dann wieder long positionieren, wenn wir dieses Dreieck tatsächlich brechen. DAX zeigt sich schwach. Noch hält er das Dreieck. Wichtige Unterstützung 10.766 Punkte und 10.720 Punkte. Long Position kann man aus meiner Sicht eher in den amerikanischen Indizes hier spielen. Weil in der jetzigen Situation ist der Markt zumindest aktuell korrektiv und relativ schwach. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt tradenswert. Auch wenn man den DAX eigentlich kaufen müsste. Aber Griechenland und die Ukraine-Krise belasten aktuell. Von daher DAX vielleicht kaufenswert ab 10.891 Punkte. DAX ist halt relativ schwach unterwegs. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Wir halten uns da mehr oder weniger raus. Und dann WTI. Es ist sehr, sehr lange her, dass wir das Momentum Band Tages EMA, SMA 10 und 20 gebrochen haben. Aber wir sind eben noch etwas entfernt von einer Trendwende. Das ist ja die goldene Frage. Die goldene Frage im Öl oder die ölige Frage, um es jetzt noch auf die Spitze zu treiben. Wann knallt es im WTI? Weil klar ist auch, wir sind massiv überverkauft. Und eine Gegenbewegung, es schreit ja nach einer Gegenbewegung. Und die Frage ist, wann entsteht die? Einer der Möglichkeiten, wie gesagt, hier ab 54, 43 könnte es möglicherweise ganz, ganz schnell in Richtung der 60 US-Dollar-Marke gehen. Pro Barrel WTI sollte man zumindest, wenn man es tradet, hier auf dem Schirm haben. Man sieht, der Markt bildet nicht mehr zwangsläufig tiefere Tiefs aus. Das ist schon mal ganz gut. Gut, aber wir brauchen jetzt natürlich auch einen Durchschuss nach oben. Und der wäre ab 54, 50 dann gegeben, ab einem Schlusskurs darüber. Das war es von meiner Stelle aus. Das war es auch für diese Woche, die letzte Ausgabe. Wir hören uns dann am Montagmorgen wieder. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Natürlich auch an den Webinaren, an die positiven E-Mails, die wir bekommen haben. Ich hoffe, die Woche war für Sie erfolgreich. In diesem Sinne, good trades. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.